Jetzt kriegst du Höhenangst. Bei der Perspektive? Gut, dann bleiben wir so lange hier oben, bis du dich akklimatisiert hast oder meine Kniescheiben versagen. Bevorzugt würde ich erstes. Du zögerst? Ich wäge meine Optionen ab. 135 Meter bis zur Wasseroberfläche. Verstehe. Entführung und Erpressung. Ein Skandal. Garantiert. Was man sich alles gefallen lassen muss. Als Frau eines Lords. Vielen Dank. Musik Jetzt wird's kompliziert. Einfach kann jeder. Einfach kommt nach, kompliziert.